Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Unboxing und zwar dieses Mal die Uncharted 4 Thieves and Collectors Edition. Natürlich ist das ganze nicht neu, ich habe es gebraucht gekauft. Neu bekommt man das Ding zwar mittlerweile immer noch, aber natürlich auch zu hoher Preisen. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Und als erstes bekommen wir ein Artbook. Wir gucken mal kurz rein, würde ich sagen. Nur mal so ein paar Seiten. Typisches Artbook, Charaktermodelle, Konzeptzeichnungen der Umgebung und so weiter. So, dann haben wir hier noch das Steelbook. Ich weiß jetzt gar nicht, das gab es glaube ich auch so zu kaufen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, da habt ihr natürlich das Spiel drin und noch ein paar Aufkleber von Naughty Dog und ein paar der im Spiel sich befindlichen Symbole. Sag ich jetzt nichts weiter zu, weil ich will natürlich, die das nicht gespielt haben, will ich auch nichts spoilern. So. Dann kommt erstmal das große Nichts. Die große Pappe. Und mal gucken, wie ich das jetzt hier rauskriege. Das sieht aber aus, als wäre es ein Karton im Karton. Dann stülpen wir das Ganze einfach mal um. Hier sieht das Ganze schon besser aus. Irgendwo sollte es auch aufgehen. Eigentlich. Nehmen wir aber die Seite. Ah. So. Einmal Styropor. Und dann haben wir hier eine Nathan Drake Figur. Wie es in den Collectors Editions halt so üblich ist, gibt es halt meistens eine Figur dazu. Ja, die kann sich sehen lassen. Die kann sich sehen lassen. Hier eigentlich noch ein bisschen Verpackungsmaterial. Durchaus detailreich das Ganze. Ja. Inklusive dem Steelbook und dem Spiel natürlich in der Steelbox würde ich sagen, es ist durchaus sein Geld wert. Wenn ihr es irgendwo günstig ergattern könnt, dann greift zu, wer das Spiel noch nicht hat. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann zum nächsten Unboxing. Was es dann wird, das kann ich noch nicht sagen. Werden wir sehen. Bis dahin. Sag ich Tschüss. L Rugby Vielen Dank.